Musik Hey hohe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod Review Mit mir Basti Zockt heute stelle ich euch den Glacier Mod vor für die Version 1.6.2 Diese Mod fügt neue Tools, eine neue Dimension und neue Mobs ins Spiel hinzu Und ihr benötigt dazu Forge Bevor wir jedoch beginnen, möchte ich jetzt ganz kurz einblenden Wie die Seite auf planetminecraft.com aufgebaut ist Ich habe keine Crafting Rezepte gefunden Ich habe gesucht, 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 gesucht und keine Crafting Rezepte Das heißt ihr könnt mich mal am Arsch lecken, wenn ihr jetzt schreibt Hey die Mod Review scheinen so meine keine Crafting Rezepte sind Und es tut mir leid, ich würde es euch gerne zeigen Aber ich zeige euch diese Mod ja auch nur, weil sie mir gut gefällt Und leider habe ich nur so ein paar Standard Crafting Rezepte auf Lager Und ihr müsstet jetzt eigentlich sowas eingeblendet sehen Und so, wenn ich das nicht eingeblendet habe Dann klickt einfach in den Link in der Beschreibung Da könnt ihr es dann sehen, wie es auf der Seite aussieht Ähm, naja, aber egal Ganz kurz Ihr seht hier die verschiedenen Blöcke, die in der neuen Dimension sein werden Hier verschiedene Pflanzen Blue Stone Crystal of Power Hier ist zum Beispiel gar nichts, was ich eigentlich gar nicht verstehe Hier haben wir Miskellaneus Also, ja klar, eine Tür Und, äh, ja Pinguin Federn Mysterious Armor Piece Das verstehe ich auch noch Dann haben wir hier noch was zu essen Die ganzen Tools Diese hier, die Rüstung Gucken wir uns später nochmal genauer an So, und dann haben wir hier noch die Materials Und ich würde jetzt einfach mal sagen Mit diesen Gedöns hier Also hier einmal mit dem Magical Wie heißt es? Glacial Magic Stone Könnt ihr eben ein Portal machen Und dann hier Es mit dem Feuerzeug hier aktivieren Und, ja Da kann ich euch ein Crafting Rezept zeigen Das weiß ich, wie ihr dieses Feuerzeug bekommt Da geht ihr nämlich erstmal hin und holt euch hier ein paar Warte, machen wir einfach mal ein Stack Schneebälle Und machen wir das hier Denn dann, wenn ihr das Ganze so anordnet Einmal hier so Und das hier in die Mitte Bekommt ihr hier Magic Stone Piece Und dann benötigt ihr nur noch hier das Iron Und ihr seht schon, dass ihr dann Daraus euer Dingswitcher bekommt Das ist aber das einzige Rezept, das ich weiß Und damit könnt ihr euer Portal dann aktivieren Ich habe schon eins aktiviert Allerdings in meiner Mine Die ist ja hier unten Tief unten Hier geht es nämlich hoch Und wir gehen jetzt mal hier raus Und so sieht dann das Portal aus Wenn es aktiviert ist So eisig hier diese Portal Frame gedönst da Und ich würde sagen, ihr seid gespannt Wie es in der neuen Welt aussieht Deswegen gehen wir da jetzt auch direkt mal rein Es gibt übrigens auch hier Achievements hier bei Erfolge Wo ist er denn, wo ist er denn, ich habe den vorhin bekommen Als ich in die Welt bin Da ist er nicht, da ist er auch nicht Ich habe noch nicht dreimal auf Holz gekloppt Okay, der wird hier nicht angezeigt Auf jeden Fall gibt es einen Hä, was, Clay Ah, guckt Hier ist der Glacier Wo ist er denn Da, das sind die Glacier Achievements Das heißt hier Ich bin in die Dimension gekommen Jetzt wäre der nächste Become a Glacial Turtle Und hier Cut some Glacial Wood Also wie ihr hier schon seht Gibt es auch verschiedene Moms Ich mache jetzt hier mal Time Set Null So Sieht das Ganze bei Tag aus Ich mache mal kurz so ein kurzer Überblick Das schauen wir uns natürlich genauer an Ihr seht auch schon ein paar Mobs rumdödeln Und naja Hier so in so kleinen Gruppen stehen dann diese Bäume Und aus diesem Glacial Wood Könnt ihr euch logischerweise Moment Holen wir kurz her Euch natürlich das ganze Zeug hier machen Wie es sich üblich Warte So hat es eine Werkbank Hier diese Sticks dann raus machen Und daraus könnt ihr dann natürlich auch Diese ganzen Tools machen Das ist ja auch logisch Es gibt natürlich auch eine Erweiterung dazu Es gibt nämlich auch diese Warte Hier haben wir sie Die Crystal Eggs Das bekommt ihr natürlich von diesem Wo ist es Hier Crystal Glacial Crystal Das ist natürlich unter der Erde Genauso wie das Eisohr Und mit diesem Zeug könnt ihr dann die anderen Werkzeuge craften Hier seht ihr dann auch die Attribute Hier ist alles plus 19 Oder plus 20 21 Hier ist gar nichts Und hier geht es dann weiter Immer hier ein bisschen mehr Und die hier sind natürlich ganz schwach Wir können ja ganz kurz mal unter die Erde blicken Wenn ihr das seht wie die hier aufgebaut ist Mal gucken ob wir ein Ohr finden Hier haben wir jetzt zum Beispiel Ein Crystal Ohr Ihr würdet das jetzt abbauen Und dann könnt ihr euch die Werkzeuge machen Mal gucken ob wir noch ein Eisohr Hier haben wir noch das Eisohr Also daraus könnt ihr euch auf jeden Fall Diese Werkzeuge craften Und damit dann euer Vergnügen haben Es gibt dann auch diese Schwerter hier Wie ihr sehen könnt Wie man die hier allerdings craftet Weiß ich nicht Wie gesagt ist auch nicht Irgendwie im Wiki Oder in dieser Modseite zu sehen Wir können uns jetzt mal hier Spaßeshalber einfach mal Das hier anziehen Und schauen wie schick wir doch aussehen Ich bin ganz blau So und dann ziehen wir das Ganze wieder aus Oder machen einfach schwuppdiwupp Und dann ziehen wir das auch noch an Es gibt nämlich drei Rüstungsarten In dieser Mod Und äh ja Nein Ich hab mein Zeug nicht angezogen Schade Naja könnt ihr ja dann später ausprobieren Wenn ihr die Mod gedownloadet habt Und euren Spaß damit habt Es gibt hier nämlich auch diese Turtle So Ich bin jetzt eine Turtle Und das sieht hammergeil aus Muss ich sagen Ninja Turtle Also ihr bekommt diese Rüstung Die könnt ihr machen Indem ihr diese Turtles killt Zu den Mobs komme ich allerdings erst später Ja gut Das war es dann auch mit den Blöcken Und so weiter Ihr seht hier die ganzen Sachen Äh was es damit auf sich hat Kann ich euch leider auch nicht sagen Tut mir leid Wenn ihr es wisst Dann schreibt das in die Kommentare Es tut mir wirklich leid Dass diese Seite Die ich euch gezeigt habe So sinnlos Und nicht wirklich Ähm ja Aufschlussreich ist Aber mir hat die Mod so gut gefallen Da habe ich gedacht Let's go Stell es so vor Und so Gut Gehen wir mal weiter hier Das ist auch klar Wie man das craftet Wir haben hier unsere Saplings Die bekommt man logischerweise Von den Bäumen Und es gibt hier diese Ice Flower Ne Und jetzt setze ich mich mal hier Game Modes 0 Dann kann man nämlich hier auch Das Ganze abernten Und man bekommt hier diese Glacial Berry raus Ihr merkt auch Man schlittert so ein bisschen übers Gras Weil es ein bisschen eisig ist Und das Ganze kann man dann auch noch essen Oh jetzt seht ihr Jetzt habe ich hier was bekommen Die Glacial Turtles Ponds Und jo So viel zum Essen Also man kann hier diese Glacial Berries dann essen Und ja Anders auf Nahrungssuche kann man allerdings auch gehen Jetzt zeige ich euch nämlich die Mobs Die sind nämlich hier unten Wie alle anderen Mobs So Die gehen wir nacheinander durch Hier haben wir zum Beispiel einen Glacial Seeker Der sucht dich und findet dich Und ja Der ist böse Eigentlich müsste der dich jetzt angreifen Aber da wir ja Er hat so Komm Greif mich an Ey War das nicht der andere? Dann war es der hier Der mich angreift Hallo Okay Davon greift mich keiner an Hä Irgendeiner hat mich doch angegriffen Wer war denn das? Vorhin einer mit so einer Rüstung Der hat mich angegriffen Frechheit Egal Es gibt noch den Glacial Pinguin Den könnt ihr killen Dann bekommt ihr eine Feder von dem Pinguin Dann haben wir hier noch Den Seber Wie heißt Wie hieß der jetzt? Seber Keine Ahnung was Äh Den könnt ihr killen Dann bekommt ihr Fleisch davon Jetzt komm mal her hier Wow So So Also der hält hier ziemlich viel aus Wie ihr sehen könnt Und jetzt kommt ein Schneesturm Wie ihr merkt Also die Dimension Die hat es schon so ein bisschen in sich Es kommt noch Hallo Man Vorsicht mit der Turtle Auf jeden Fall Gibt es sonst noch etwas wichtiges Hier die Ice Rods Ähm Craftet man indem man eben hier die Crystals so übereinander parkt Oder diese Magic Stone übereinander Äh Ja Ansonsten war es das mit der Mod Ich bin nicht zufrieden Muss ich ehrlich gesagt sagen Wie diese Mod hier vorgestellt wurde Im Im Wiki Beziehungsweise bei planetminecraft.com Ich hätte mir das etwas besser erwartet Aber ich habe jetzt versucht das Beste draus zu machen Und euch die etwas nahe zu bringen Und wenn es euch dennoch gefallen hat Dann gebt einen Daumen hoch Wenn es euch gar nicht gefallen hat Dann gebt einen Daumen runter Verstehe ich auch vollkommen Aber ich habe gedacht Komm Zeigst du halt die Mod Mach euch glücklich Äh Wenn es euch glücklich macht Und äh Bis zum nächsten Mal Euer Basti Ciao